So, das Konzert des Jahres. Jetzt habe ich vor lauter Suchen nach dem Umschlag mein Handy vergessen, denn das brauche ich jetzt unbedingt. Aber vielleicht, Helmut, du hast auch ein Handy, oder? Ja, ich habe es auch unten liegen lassen, blöder. Ehrlich? Hat irgendjemand vielleicht in der ersten Reihe ein Handy für mich, dass du es mal irgendwie, ich muss ein Foto machen, weil die haben Follower von hier bis Meppen und noch viel, viel weiter und die verbinden diese zwei Welten. Auf der einen Seite YouTube und alles online und so, aber gehen auch ausgesprochen erfolgreich auf Tour. Und die Fachleute wissen längst, von wem die Rede ist. Die Gebrüder Lochmann, im Volksmund genannt, die Lochis. Einer rechts, einer links. Grüß euch. Sag mal, ihr habt gar keine Kamera dabei oder Handy im Anschlag? Handy ist immer mit dabei, aber hast du sicher auch, oder? Nein, ich habe keins dabei. Hast du ein Handy dabei? Ich habe kein Handy dabei, aber ich trage auch kein Swalking. Ja, wollen wir schnell ein Selfie machen? Helmut wollte unbedingt eins mit euch. Ja, wie viele Follower habt ihr online? Auf YouTube sind es 2,3 Millionen. Oh, da haben wir eine Million. Ja, da wollte Hubert auch aufs Bild. Komm, Hubert in die Mitte. Mit dem Publikum, wenn Sie winken wollen, das macht man jetzt auf jedem Konzert, oder? Eigentlich müssen jetzt alle im Publikum auch ein Selfie machen, so eine Selfieception quasi. Also, Sie können gerne mit Selfie machen. Wir machen einmal Selfie von hier. Helmut noch ins Bild? Yeah. Ja, wunderbar. Aber das müsst ihr jetzt natürlich auch posten, ne? Na klar, sowieso. Wurde auch schon gepostet heute einiges. Total viel. Ich meine, wie ist das bei euch? Ihr verbindet wirklich diese beiden Welten online und offline? In welchen Hallen spielt ihr so, wenn ihr unterwegs seid? Ähm, das kommt immer drauf an. Wir waren jetzt drei Monate auf großer Tour, waren dann meistens in so, auch in Clubs, aber auch in Hallen. Also, mal waren da Hallen dabei, wo irgendwie drei, viertausend Leute da waren, manchmal waren eineinhalbtausend da. Das ist schon echt krass, was die letzte Zeit so passiert ist und ist auch wahnsinnig spannend, das Online-mäßige mit dem Offline-mäßigen zu verknüpfen. Ähm, wir haben voll Bock auf jeden Fall. Hat am Anfang keiner gedacht, dass die ganzen Kids, die so online alles umsonst gewohnt sind, überhaupt Karten für ein Konzert kaufen? Ich glaube aber, gerade das ist es ja. Die sind das Mitarbeiter gar nicht mehr gewohnt, etwas in der Hand zu halten, ein Ticket, eine CD und gerade das macht es ja aus, weil es ist was ganz Besonderes, mal was in der Hand zu halten, nicht immer alles so streamen oder so. Aber nicht durch ein Display gucken, sondern mal ein echter Leben, das ist doch geil. It's all real bei uns heute, ne? Alles so live schauend und und und. Wie ist das bei euch vor der Tür? Wie real ist das? Pendeln dann auch mal so ein paar von den Millionen vor eure Haustür und campieren dann da? Ja, wir wohnen halt voll im Dorf, also wir sind, da wohnen 4000 Einwohner, wir kommen hier aus der Nähe, äh, äh, also... Jetzt nicht die Adresse verraten. Ne, lieber nicht. Ist da ganz entspannt, aber wir sind halt so viel unterwegs, da ist es dann auch mal ganz schön, mal zu Hause zu sein, mal seine Ruhe zu haben. Ja, das geht klar. Heute Abend wird bei uns gefeiert, wir freuen uns auf das Konzert des Jahres, das die Lochis präsentieren. Bitte sehr. Ja, das ist ja, das ist für uns auch der erste Lehr und umso größer ist natürlich die Freude, dass wir die Ehre haben, heute die, ähm, Nominierten nennen zu dürfen, der, ja, der Königsklasse, äh, das beste Konzert 2016. Voll. Ähm, ja, die letzten Jahrzehnte hat sich die Art und Weise, wie sich Musik verbreitet, da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Ich meine, wir sind selbst mittendrin, Streaming und Online ist ein Riesenthema geworden, aber äh, eine Sache ist immer gleich geblieben eigentlich, und zwar das Gefühl, wenn man auf ein Konzert geht und danach komplett geflasht ist, geflasht von, von der Show, von der Musik, von, von der Inszenierung, natürlich auch von der Stimmung. Hier sind die, äh, Nominierten der Kategorie Bestes Konzert 2016. Konzert des Jahres 2016. Und Richard Hörmann ist aus Österreich angereist und nimmt den Lea mit nach Austria. Glückwunsch, gleich die ganze Familie mitgebracht, oder? Ja, unbedingt. Na, Servus, freilich. Ich wollte euch ja sagen, Leidl, ihr müsst uns ein bisschen früher sagen, dass wir da was gewinnen kann, weil dann kann man sich vorbereiten. So muss ich mich jetzt konzentrieren, dass ich niemanden vergiss. Also, danke an die Jury, dass ihr immer wieder an Österreich denkt, das ist super. Danke an den Guzzi, dass er mich jetzt seit acht Jahren hier zum Lea einlädt. Das ist wunderbar, sonst hätte ich nicht gewusst, wie das da funktioniert. Danke natürlich an mein Team, Sandra, Birgit, Zigo, Annelies, wo ist sie? Simone, Bernie ist nicht da. Super Show, super Job gemacht. Danke an den Kaiser Franz Josef und den Herrn Direktor Sattelläcker, dass wir so ein wunderschönes Schloss haben. Irgendwer muss das gebaut haben. Und last not least natürlich danke an einen Künstler, der seit Jahrzehnten loyal zu einem Veranstalter steht. und damit erst die Möglichkeit eröffnet, solche Shows und solchen Locations zu spielen. David Gilmour, that's to you. Feiert schön im Schloss, nehmt den Lea mit und heute Abend haben wir auch ein Glas Wein. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank nochmal an die Lochis.